Die Eisheiligen von Eva K. Mai-Nachmittag Ich genieße die Wärme der Heizung mit meinem Buch auf den Knien. Die Füße stecken in wollenen Socken, ich wende die Seite, und mein Blick fällt flüchtig durchs Tropfen gesprengelte Fenster auf gereizte Schwertlilien, verstörten Flieder, streikende Rosenbüsche und fußgängige Schwalben. Ich koche Tee, schalte die Leselampe ein und fühle, wie mein Körper schon wieder umstellt auf Schokolade.